Futschli? Bugatti-Land. Ja, ist okay. Ja, jetzt bin ich grad voll in meinem Drift-Film. Pass auf. Ja, schnauze, Digger. Wie gefällt dir die Messe? Ja, schon dobro. Wie ist das lauter als ein Golf? Wir haben repariert. Alter, ich lass das so. Geil, Alter. Wir sehen dich, deine Bruder! Und nachher dir haben wir keine Bruder! Oh mein Gott! Da war keiner, ich wollte nur cool sein. Bleib mal hier stehen. Aber jetzt hab ich ja schon getraut. Oh nein! Was soll ich denn jetzt machen? Zurückschicken, versand uns das auch scheiß. Das ist doch dummes Arsch, Bruder! Brems! Bremsen! Guck mal, ab mit Dings, Alter. Das ist so ein Offroad. Guck mal, der hat oben ein Reling. Guck mal, der hat auch so Dings wie Allroad. Wie Allroad, Kurzflügel. Guck mal. Was willst du denn machen damit? Willst du einen Acker damit? Oder du bist schon ein Ahrad? Ja, bestimmt. Digger, wir fahren 100. Der hat noch nie vom Golf 3-Lichtlupe gekriegt. Was ist denn los? Oh, jebei! Bullen, Bullen! Guck mal, was ich jetzt mache. Guck mal. Da kann der gar nichts sehen. Der LKW ist in den Graben gefahren. Jetzt riecht das nicht mehr lustig. Das riecht nicht gut. Das riecht nach Reifen. Oh, da. Ah, nur lustig. Mach, mach, lass an, Junge. Was hältst du? Wie schnicklig werden dann mit Video. Du klickst, Junge. Boah, die Bremse ist aufgeschaut. Wollt ihr den Bullen jetzt sehen, wie der gefallen tut, ne? Ich hab gar keinen Schuss gehabt. Die können hier nichts. Nein? Keine. Ich sehe gar noch einer. Der macht nicht das alleine, Alter. Aber so, mach mal. Tu mal Pujak. Voll das. Das muss ich kaufen, weil ich dann... Oh, blöd. Ich hab mich erschrocken. Ich hab was kaputt gemacht. Den, Alter. Der hat Leben durchgespielt, Alter. Der hat alles durchgespielt. Und wir Idioten, wie immer mit Putztuch, Alter. Der hat von der Baustelle abgezogen. Alle haben arbeiten. Oh, Junge. Pizdez, Junge. Beste EU-West, Alter. Ja. Ne, bitte. Was hast du da? Morgen gehen wir grillen mit an. Malzeit. Gott, Mann. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Die Eulen jetzt an, Alter. Das hast du immer gut abgelaufen. Zeig dir, wie er das eingebaut hat. Der hat das so festgehalten. Ich hu-jags, Alter. Und der Kinder hat schnell zugeschaut, Alter. So hat er Sturz eingebaut, Alter. Der ist das Geld. Der sagt so, mal der Kalt mach, Alter. Mal der Kalt, Alter. Der sagt, wie viel Sturz machen wir? Also pass auf, ich mach... Paz, Dinger. Also genau so. Mach fest. Malzeit. Alles Gute. Wenn, falls jemand Stress mit mir haben will, meld dich. Ich schick den. Der macht dich kalt. Der Fahrwerk rein oder was machen? Der Fahrwerk rein. Der hab ich fast so geschlagen. Oder? Bisschen fahren. Wessi. Zeigen. Ich bin ein ZDF-Beauftragter. Schatz, siehst du mich da drüben? Nein. Hast keine Ahnung. Die kamen direkt mit vier Autos. Drei, vier Autos. Ein Motorrad. Wie heißt die, die gegen die Wand gefahren ist im Tunnel? Prinzessin. Nein, nur Prinzessin. Wie heißt die? Diana, Diana. Du wie Diana auf uns hinten sitzt. Du wachs, Alter. Ich fahre, Alter. Boah, geil. Da hab ich Prinzessin in dem Chip. Ja, ja. Wir kaufen den. Ich sag so, wie es ist. Du hast den Bogen langsam raus. Wir haben Dings eine Tankstelle übernommen. Wir machen jetzt, guck mal, da ist Dings Detlef, Alter. Was geht Detlef? Alles klar. Ihr riecht zu uns, ob er schon fünf Tage drinnen gebummst hat. Daniel, spring aufs Bett. So, ey, mach du sowas nicht. Du hast dein Bett. Und wer fährt die Autos weg? Der kann doch noch fahren. Nein, so. Oh, eine Perle in der Natur. Für mich zwei. Wer hat doch nicht gedacht. Boah, der war überhaupt nicht. Digga. Digga. Fack mit Zigaretten. Wir können hier mit Rappen. Okay, okay. Okay, okay. Jetzt nach Platz wollen wir. Jetzt nach Platz wollen wir. Jetzt nach Platz wollen wir. Ja klar. Wir sitzen da mit sieben Mann im Bekan. Wie z****n, Digga. Cool. Normal, der fährt hundert in die Tasse. Achtzig. Wie ihr baut, der macht mit Leggwad, Alter. Oder Abersa, Alter. Das macht keinen Scheiß. Das macht keinen Scheiß, Alter. Burnout. Dominic Toretto. Dominic Toretto. Reis, Reis, Reis. Urvacanzu. Ich habe eine Frage. Durchfall trinkst du auch? Der trinkt Durchfall auch. In Englisch. Ihr Boss hat gesagt, ich gehe in die Toilette. Miele sagt zu mir, left, left. Ich gehe rein, links und wieder links. Ich gehe runter. Das kann ich... Ja, was? Sie sehen. Ich gehe diese Treppe runter. Frauen so. Wie bei GTA. 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 John. John Rick. Jetzt steht er mit Türsteher. Hey Johnny Bravo. Steh mal hier. Lass ihn doch. Lass ihn seine Show machen. Jetzt. Nein. Dann spiele ich spiele. Der will jetzt gut sein. Das ist gut sein. Der kriegt ja das auf die Fresse. 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 Dann haben die ein Problem, nicht wir. Mach nicht dein Problem zu unser Problem. Ja ganz genau. Das war Schopo. Das ist so schön. Das ist so schön. Das bitte. John. Wie soll ich mich ansteigen? Wie? Guck mal wie ich hier sitze. Wie soll ich ansteigen? Wie soll ich mich ansteigen? Wie soll ich mich ansteigen? Wie? Das ist normaler. Das ist normaler. Das ist normaler. Das ist normaler. Schrei mich nicht an. Das ist normaler. Ich bin dein Vater. Ich kann es mit dein Vater so schnell immer. Nicht nur mehr. Ich brauche einfach f***es Taxi. Ich bin ein. Heute den ganzen Tag stehen da 20 Taxi. Ich brauche ein. David weiß von gar nichts. Spontane Aktion. Wir tanken gerade den Audi. Und machen uns auf dem Weg nach Italien. Und besuchen ihn gleich abends. Das wird geil. Aber keiner weiß was davon außer Jesse und wir. Das wird lustig. Ich habe gerade mit ihm geschrieben. Er sagt zum Bruder das ist so geil. Du musst nächstes Jahr mitkommen. Aber der wüsste alles. Der BV da ist. Da hat er Überraschung gemacht. Mit Tuning. Wie ist das? ftaucht bei Himmel und hat er vorsichtig abgesagt, weil er nicht kann, weil er sagt, mein Freund David ist mir wichtig. Da ist der Manuel mit Mäuse. Nein, 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 nein. Trink, Kamerat, Trink! Nein, nein, nein. David hat Cola spendiert. Also, ich trinke. Vorher ist es. Was ist das? Salbenbrand? Eisteen. Eisteen. Schmeckt wie Chui. Das ist ehrlich, mein Herz war trocken, jetzt ist es nur trocken. Das war's. Das war's. Das war's. Ich echt nicht. Doch. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Oder ich hab's. Ich hab's. Das war's. Aber ich hab's. Ich hab's. Ich hab alles außer Space Shuttle! Ey, ich guck da vorne! Ey Bra, was macht ihr da? Lass doch wenigstens weg von Nachhol, bevor ihr die Scheiße macht! Ich muss übelst pissen! Doch, Digga, ich will das rein! Rüdiger! Hey! Rüdiger! Guck mal jetzt, Lian, wir machen R32! Wie Honda Civic J9! Ey, der qualmt, der qualmt! Naja, wir haben gar nicht kaputt gemacht, wo ist diese Hotline? Da, 393409 Der hat einmal bum bum gemacht, ihr gehört? Hallo, hola! Wir haben ein Problem, Kurva! Digga, der Eint! Was heißt auf Englisch, macht dein Problem nicht zu meins? Mein, 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 mein Cash! Mein Cash in mein Back! Wie heißt nochmal Geld zurück? Kommt, der kommt! Der kommt da, der kommt da! Mit Jetski, oder? Ja! Jukai mit Jetski, gell? Ja, aber dann sollten wir uns die Minuten putschreiben! Okay, hier! David, guck mal, wie geil wir sind! So, wir werden den Dämmel reparieren, Alter! So, wann dann geht! Ura Rama! Maschallah! Eeey! 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 Eeey, Eeey! Eeey! Guck mal, guck mal! Wir haben die Ausflussmann da's angeht. Eeey! Eeey! Das war's für heute.